Und ich habe da ein bisschen meine Buchse hier, wo mein Internet rauskommt, überprüft und ja, fünf Zuschauer direkt, what's, what's, was ist denn hier los, ey? So, wir werden ein bisschen Auto fahren, ich habe da ein bisschen Lust drauf, ist ein Stream-Test hier, Karl ist auch da, wie ihr hört. Und wer ist denn hier alles da, das interessiert mich jetzt aber mal, treibt sich sogar, und jetzt müsste mein Stream konstant laufen. Fünf Zuschauer? Das war komisch, aber wahrscheinlich über, nicht angemeldet über irgendwo Handy, liegt gerade alle in der Kajüte oder so. So, ein bisschen Auto fahren, Simulation, Protect Cars, ähm. Ja, ich habe ein Xbox 360 Gamepad hier, mir geleistet, keine Kosten und Mühe gescheit. Ähm, macht der Chat hier? So, we are unable to connect the chat? Hm, das halte ich für eine Lüge. Chat ausblenden, chat leeren. Ehre, der Mist hier. So, da ist der Tom Dauzi. Wieso willst du meinen Chat nicht leeren? Bist du etwa hier kaputt, oder wie? Okay. Der Tom Dauzi, danke für den Follow. Und ich habe auch gesehen, vor drei Stunden ist der I-Deuswult-I, oder Deuswult-I mir gefolgt. Danke dafür, wahrscheinlich wird das nicht mitkriegen, aber vielleicht irgendwann, weiß ich nicht. So. Mir geht es in erster Linie darum, ob mein Stream jetzt hier läuft, aber ich sehe das ja. Ich habe eine konstante, schöne, gerade Streamkurve von 3419 Kilowits. Ich hatte echt einen Wackelkontakt an meiner, ne? Da ist echt so ein Kabel, das konntest du so rausziehen. Und je nachdem, wie der Wind draufsteht, ist das drin. Ne, Kalle? Also los, du Fuzzi. Ja. Ich fahre jetzt Auto, ne? Start nochmal den Blödsinn. Maus hängt so ein bisschen hier. Ja. Machen wir die Musik aus. Gedudel weg. Spiele hat das, glaube ich, ein bisschen Musik. Ey, Kalle. Kalle, Kalle, Kalle. Kriegt das Fenster hier initialisiert. Kriegt er. Was ist das hier? Okay. Fenster müssen hin und her rüppeln. Und... Und... Zack. Und das Stream-Statistik funktioniert jetzt. Ja, wer zu späterer Stunde ja noch zuguckt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin gespannt, ob das hier alles so läuft. Sieht aber ganz gut aus, oder? Kalle, Maus. Ja, alles gut, Spatzi. Ja. Du bist der Beste. Zu Hause bist du der Beste. So, ich habe hier den... Was habe ich denn? Ich könnte hier mit Oldtimer spielen. Das sind so... Sitzungen, die man machen kann, aber nicht muss. British Track Challenge. Okay. Das sieht lustig aus, mit so alten Wagen zu fahren. Ich habe fast Bock drauf. Oh, was ich hier kann. Also ich... Ich habe jetzt ein bisschen länger nicht gezockt. Aber ich würde die Wagen mal auf so 78 ein... Oh, ich warte die 5. Ich erst mal. Das ist erst mal Training, ne? Ja, trainieren wir erst mal. Ah, Kalle. Du lachst dich dann kaputt, wenn wir von der Strecke fliegen, ne? Ja. So. Wäre cool, wenn ihr kommentieren könnt, ob das hier flüssig läuft. Müsste aber. Tommy? Du bist jetzt hier mein Mann, ja. Du musst auf mich aufpassen. Go, go, go. Was sitze ich denn hier an? AMG. Das ist auf jeden Fall ein Mercedes. Sehr rustikales Cockpit hier, ey. Ja, alles. Läuft alles. So. Ich werde mich direkt drehen mit der Kiste hier. Das weiß ich sofort. Weil die Reifen nicht warm sind. Schiss, ey. Uah, sag ich doch. Ich fahr die Kiste noch nicht. Ich fahr, ähm... Pokos oder sowas fahr ich gerade Cups. Oho. Packantrieb. Ja, ist da gut. Überhol mich, du Kiste. Gern Lenkrad, aber... Pack muss auch reichen. Warte Gott, ich muss den Monitor ein bisschen nah hier ranziehen. Krieg ich den nicht rangezogen, oder was? Ach, wüsste. Äh, warte, wo hab ich denn das? Was will ich haben? Ah, nicht ins Gießbett. Auf Wiedersehen. So Doppelspiegel. So Doppelspiegel. Komm mal, mal Gassier. Die Stream-Quali bricht nicht komplett ein. Alles gut. Ja, ich bin im Schwimmbad, Tom. Nichts falsch verstehen. Oh, 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 so viel Gas gegeben. Die Strecke halt nicht. Ja. Oh, weggeklatscht. So macht man das im richtigen Straßenverkehr, ne? Wer bremst, verliert. So ist das normal. Also Lenk- und Bremshilfe sind aus, ne? Damit du beschützt bist. Der Rest ist... Oh, was war's dann? Also Traktionskontrolle und so... Ja, deine Mutter fährt einen Kekse ins Getriebe. Aber Traktionskontrolle und so ein Scheiß ist an, ja. So guck ich dann auf den Chat an, statt zu bremsen, ne? Ja, ich werd schon erster, wenn ich die Strecke raffe und nicht auf den Chat gucke. Komm ich mal extra für dich einen Scheibenwischer an. Ich bin schon mal 16., 17. Grad gewechselt. Der Chat ist halt wichtig. Ja. Nein! Ungültige Runde? Bitte nicht. Atme mich nicht. Gut, das ist eigentlich, dass ich mich durchgemogelt hab. Oh, ein Tick zu spät. Oh, Maraminos. Ah, wieder auf den Chat geguckt, neben der Strecke gefahren. Driften? Oh, gut. Oh, hintert zumindest. Hm. Scheitelpunkt-Gas-Game-Flatret, du blöde Nuss, ey. Na, deine Mutter geht innen durch, ey. So, das kriegen wir so wieder. Tschüss, Pinökel. Ey! Ey! Och, Mann, ey. So. Ganze Project Cars-Ton, Tom. Das ist das geilste Rennspiel überhaupt, ja. Also von der Grafik her. Die sind aber echt gesalzen, die Jungs. Die geben gut Gas hier. Nein, ich dachte, ich könnte dich reinbremsen. Aber ich hab ihn überholt. Bitte! Ich hab dich! Plus 2,8, ja. Nein! Ich hab' beschissen die Kurve gefahren. Klatsch! Ich hab's mir auch Schaden so'n Schwachsinn aus, weil ich bin doch Anfänger dem Spiel, siehst du ja. Ich hab's mir meinen H Secondly, die Jungs so einer. Hallo!